Okay, willkommen zurück zu Let's Play Raymond 3, auf Deutsch, mit Spencer. Hallo Spencer, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut, um dir? Oh, gut, was wollte ich schon mal machen. Äh, ja. Äh, was zur Hölle? Äh, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ich weiß es gerade nicht, warum. Da oben sollte doch ein Käfig sein. Könnte vielleicht. Ja, ne, da komme ich nicht hoch. Ich höre doch Hilfe, der ist bestimmt hier drin. Ne, da oben. Ne, da ist bestimmt hier drin. Ne, warte, da war nicht da drin. Oh nein, ich will nicht. Okay, Snowboarden. Ich habe den Käfig verpasst. Halt die Klappe, Globux, hier hört eh keiner zu, ey. Mein Gelaber ist viel interessanter als deine. Man kann auch so drehen und rückwärts fahren, aber das ging's eigentlich nicht. Ein einzig Grund zu drehen ist, jetzt hier reinzudrehen. Ne, Quatsch, eigentlich nicht. Oh, ich war rückwärts, guckt euch da an, ich bin Rayman. Ja, um sich wieder gradis zu drehen, wenn man so in den Teil reingeht oder so. Was zur Hölle, ey. Ich muss schneller als Globux fahren, sonst geht das nicht. Sonst muss ich das hier noch rein. Das weiß ich noch. Da muss man am besten hier die oberen Wege gehen. Mein Globux sollte in diese Teile reinfahren, damit er... Ähm, gekühlt wird, sag ich so. Äh, nicht gekühlt, gedingst. Ge, ge... Oh, wie sagt man dem, ge? Ähm, vom gefrorenen Zustand in... ungefrorenen Zustand sich verhandelt. Aber ich glaube, ich hab's eh schon versaut. Aber die Musik hier ist cool. Get a weapon! Get a weapon! Okay, ja, ich hab's jetzt. Oh mein Gott, der hat mich was getötet. Oh, die springen von alleine. Nein, ich schweb doch. Nein, geh weg! Bäm, springen darüber los. Aha, abkürzeln, ja, gut. Ich darf nicht runterfallen, sonst verlieh ich alles schief. Ich zeige. Oh mein Gott, der grüne Ding ist da. Der hatte voll viel Pumpe gegeben. Okay, ich höre dich noch ein. Nein! Globux, ich höre dich ein. Ja, diese Teile, die fährt man eigentlich um, wenn man irgendein fährt. Okay, so. Nee, ich höre dich noch ein. Ich höre dich noch ein. Hier ist gleich, glaube ich, das Ende, oder? Ja, ich höre dich noch ein. Ich kann ihn nicht einholen. Oh mein Gott. Komm schon. Ja, jetzt kommt noch das hier. Oh, es sieht voll komisch aus. Okay, wir haben es nicht geschafft. Es geht noch mal hoch. Naja, dann machen wir es halt noch mal. Ja, wir hätten vor Globux da sein sollen. Dann hätten wir es geschafft, weil Globux fliegt da rüber, drüber. Jetzt kann ich, glaube ich, nee, ich kann den Ding nicht mehr holen. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich den Käfig holen gehen. Aber naja, eigentlich geht mich weniger. Ich mache es jetzt auch nicht aus. Ich habe jedenfalls das Hilfe gehört, also da ist einer. Ich kann den hier nicht umgehen, ich weiß nicht. Das geht ja gar nicht. So, dieses Mal schaffe ich es aber. Sonst kann ich gleich nochmal neu aufnehmen, weil das ist totaler Fail und das ist total zeitverschwendig. So, ich habe ihn überholt. So, der kriegt mich nicht mehr, weil ich bin schneller. Geh weg. Kann man nicht zurückgehen, ich weiß nicht, wo er ist. Das habe ich ja auch darüber geschafft. Hier war ich noch nicht. Oh, so cool, guckt euch das an. Jetzt sind wir hier wieder beim Eis. Oh, ich mag die Musik hier sehr gerne. Geh weg. Komm, ja. Oh mein Gott, nee, halt. Nicht, dass mich Globux nicht mal einholt. Oh, geh weg. Ja, komm. Ja, super, draufbleiben. Draufbleiben, draufgebleiben. Ich meine, guckt euch das Spiel an, das ist voll abwechslungsreich. Das bringt voll viele Sachen so. Oh, ich habe einen Diamant verfehlt oder was das ist. Das mag, glaube ich. Wir sind auch wieder fast da. Ich glaube, wir haben es diesmal geschafft. Ja, Globux hinter uns und alles ist gut. Einfach nicht mehr so in die Dinger hier reinfahren, sonst könnte der uns noch überholen. Oh, verrücklich ist das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde die Stelle cool, also. Vor allem die Musik hier rockt irgendwie, finde ich voll cool. Passt voll. Und wir haben es geschafft. Ja, seht ihr, zack. Jetzt, wenn wir Globux schnell als Globux sind, gehen wir nicht so weit hoch und dann fallen wir da runter. Wow, was ist das? Sieht wie eine Fabrik aus. Okay. Wow. Eine riesige Maschine, die pumpt. Was pumpt die? Pum. Oh mein Gott, die ist so groß. Wir müssen die vernichten. Sag ich jetzt einfach mal. Oh, du machst dich dann. Blblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Okay, jetzt leer, das wird wahrscheinlich noch ganz große Aria freigeladen. Freigeladen. Ich habe freischalten wollen. Oh, was hat er auf einmal mit Andy, ey? Mit André. Das ist auf einmal sein Schatz, sein Liebling. Nur weil er ein paar Minuten im Ding war. Sie betreten das Hauptkürtel, der Black Loser. Ach, die Temperatur 52 Grad Minus. Raumtemperatur über 37,2 Grad. Denn der ist Zeit. Ja, ich will jetzt die Frauenstimme da nicht unterbrechen, weil wenn man mal eine Frauenstimme hat, dann soll man die auch ausreden. Ja. Egal, äh, wir müssen den Käfig befreien. Zack. Was, was war, habe ich jetzt vorhin gesagt? Ich weiß es nicht mehr, wenn ich diese scheiß Frauenstimme hören wollte. Naja. Okay, da müssen wir. Boom. Ah, ich habe wegen André. Da habe ich einen Schalterpunkt. Wegen André. Jetzt ist auf einmal André sein neuer Liebling. Oh, okay. Ja, hier diese Gegner, die kennen wir schon. Geh weg. Ha, ich verwandle dich in Rodelum zurück, damit du mir hilfst. Deine Gegner, deine, deine frühen André genossen zu besügen. Ich labere wieder Scheiße. Okay. Dann ziehe ich mir diesen Schalter. Was macht der? Okay, Globox muss auch draufstehen. Dann geht es auf. Wie sinnlos. Ja, ja, ich begebe mich an den M-Gang. Was auch immer das ist. Was ist da oben? Okay. Wie komme ich denn da hin? Der bleibt da oben. Okay. Wo muss ich wohl? Woanders hin? Hier links. Okay, geht da links los. Was zur Hölle? Oh mein Gott, das ist runtergefallen. Oh, verdammt. Was machst du da? Ja gut, ihr greift euch gegenseitig an. Habe ich nichts gegen. Nee, das ist, das ist gefällt mir. Wusch. Wieder auf einmal gewusst haben, dass ich da komme. Ha, ich schüppte ich da mal nicht. Bäm, bäm. So, bäm und zack. Ja, ähm. Oh mein Gott, Leute. Ist da irgendwo noch irgendwas hier? Ja, hier hat es Punkte, glaube ich. Nee, die will ich nicht. Das ist mir langweilig. Das ist mir viel zu langweilig, dass ich hier Punkte zusammenhalte. Nee, das mache ich nicht. Du, du, du. So. So, so, so. Ich weiß nicht, ob ich hier alle besiegen muss, aber ich mache es mal. Ich bin fies. Ich mag hier dieses Kampfareal, da ist man so auf Boxen, das ist man nicht immer. Hartig, verhandle ich. So. Jetzt kommt der. Wie, da ist ein... So ein Abschnitt, wo man so eine Kugel trägt. Sehr schön. Schön abwechslungsreich, das Spiel. Gefällt mir ja. So, immer schön warten. Okay, da drüben, da drüben ist ne... ... so ein Käfig. Ne, ich warte, ich bringe zuerst dieses Teil darüber. So, dann hole ich mir nicht ein Käfig zuerst. Ich könnte vielleicht... Ja, ich habe es geschafft, ohne runterzufallen. Gut. Weil die Punkte interessieren mich ja nicht. Da bringt eh noch Punkte. Okay, jetzt sind wir hinter diesem Gitter, und da sieht man nicht gut, wie die Dinge aufschlagen, verdammt. Ja, halt die Klappe, du Frauenstimme, ey. Du laberst eh nur kacke. Was soll er? Die Idee, der hat mich doch nicht... Och, ich bin voll schlecht. Ich sehe das so schlecht hier. Ich glaube, ihr seht es noch schlechter, weil der ja Player so kleiner ist. Ich sehe das auf TV viel größer. So. So, und da ist auch schon der Schalter. Ich muss mal Luzer ablegen. Was soll er? Ich war doch... Das ist Betrug. Betrug ist das. Das Spiel regt mich auf. Ich warte, ich warte lieber noch. Ich war beim Schalter. Das hätte mich nicht treffen sollen. Wie unfair. So, jetzt noch mal da rüber. So, jetzt gehe ich ganz nackt. So. So, jetzt kannst du mich nicht mehr treffen. So, super. Jetzt, du scheiß Arschloch. Du hast hier Bomben runterwerft. Ich töte dich. So, zack. Dich verwandle ich auch noch zurück, weil du mich genervt hast. So, komm. Zack. So. Oh, jetzt sind wir hier unten. Dann können wir diesen Dings, glaube ich, freien, oder? Ja. Oh, jetzt kommt hier dieses Teil runter. Dann kann ich den Zauberer kaputtmaschen. So, Smash Boom mit dem Fuß. Und jetzt du. Fällst da runter rein. Zack. Gut. Ähm, ja. Ja, ja. Okay. Äh, okay. Los, komm. Ja. Oh, wie billig. Und der fällt da noch rein, ey. Die ist so, die ist so grässlich. Okay, lass mich auch runter. Okay, lässt du nicht. Okay. Naja, ähm, ich glaube, ich höre hier mal auf. Okay, da schneide ich raus. Danke für's Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.